Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Früher konnte man hier hin und sagen, man holt den Forellen und hat den Forellen gefangen. Das ist in der heutigen Zeit ganz anders. Heute kann man stundenlang an so einem Ort fischen und fängt nichts, weil es einfach nichts hat, auf Deutsch gesagt. Mein Fischbestand, gerade mein Zielfisch die Forellen, hat drastisch abgenommen Das ist ein gewaltiger Unterschied.